Hi Leute, ich bin Elisa von Beating Spectre. Wir befinden uns heute am Strand Playa Ciudad Jardín im Süden Mallorcas. Wie alle die Strände, die in der Stadt sich befinden, dieser Strand ist super ausgestattet. Hier gibt es Liegemöglichkeiten, Liveguards, viele verschiedene Gastrobetriebe, Fitnessparcours, Kinderspielplatz und natürlich Wassersportanbieter. Die perfekten Bedingungen für Windsurfer und Surfen sind aber im Winter. Entlang des Strandes läuft eine sehr schöne Promenade bis nach Palma de Mallorca. Diese Nähe zur Hauptstadt und damit auch zum Flughafen ist der Grund für die einzige negative Aspekte. Sehr oft, besonders in der Hochsaison, fliegen über unsere Köpfe viele Flugzeuge. Ansonsten ein perfekter Strand für die ganze Familie.